Was geht, was geht, was geht ab, ihr sommerlichen, sommerlichen, sprudeligen Sprudels. Und damit meint ihr, wie könnt ihr mein neues Shop-Video hier auf YouTube. Ihr wisst es, es ist mal wieder Zeit, es sind schon wieder 12 und ich mache hier wie jeden Tag für euch den neuen Shop. Hashtag Werbung an dieser Seite, wenn ich sage, dass ich V-Bugs habe. Und in der Videobeschreibung steht natürlich schon Hashtag Werbung an dieser Stelle. Und zwar, Freunde, habe ich heute den Neus im Out. Daher muss ich nichts mehr eingehen, das war gestern im Shop hier. Mehr muss ich da auch nicht eingehen, hier auch nichts, sondern wir fahren direkt mal mit dem Boot, wie immer, hier an. Und da haben wir als erstes Billy Bouncer. Finde ich den Netze cool, wirklich nicht. Oberpeinlich, für 200 V-Bugs. Hier, Butterfly-Messer. Dann haben wir hier neu. Ja, aber für 500 wäre es für mich zu teuer. Dann haben wir hier die Garnerin wieder mit ihrem Rücken-Aspau. Und dann haben wir hier wieder Ego mit Hugo mit ihrem eingebauten Maut. Dann haben wir hier natürlich wieder Hexekäse mit dem Tomatenskin wieder. Was habe ich gesagt? Mit den Herausforderungen, die ich nicht weiß, was sie sind. Spitzzöcke. Nochmal die Spitzzöcke hier. Und dann gehen wir schon direkt zu dem Kopter. Fragt mich, warum der keine Scheiben hat. Also, ganz ehrlich. Die hätten da mal eine Scheibe vertragen können. Seht ihr jetzt auch unten wieder eingeblendet? Der Kolder-Kozikä und Elm hat auch gesehen, wie ich die V-Bugs gezeigt habe, stand da auch Hashtag Werbung. Dann geht es weiter hier mit dieser Lackierung. Und dann die hier mit dem Männlichen. Mit der Mooney-Tasche. Genau. Und der Spitzzöcke. Macht er. Und dann gehen wir schon zum letzten. Und zwar Blinkbeutel. Mit hier der Aura. Sehr schwitziger Skin geworden. Hat zwei Steils. Immer langärmlich, immer kurzärmlich. Dann geht es ja auch, glaube ich, noch hier. Genau. Glaube ich, eine männliche Variante. Genau. Und dann würde ich sagen, war es ja schon mit dem Shop-Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mir sehr befreundet. Denn ihr findet dann nicht wieder, sagen wir mal, im Outro eingeblendet oder am Ende des Videos findet ihr dann in der Endcard findet ihr dann meinen Kanal. Plus ein letztes, hochgeladenes Video. Und dann würde ich sagen, haut rein, ihr Sprudling, Sommer sprudelt. Bis zum nächsten Mal.